Es dämmert. Mr. Lee wird bald hier sein. Jetzt hab ich erstmal Hunger. Um die Zeit ist Mr. Lee im Büro. Alles in Ordnung bei euch? Der Idiot denkt, ich ziehe über meine Tochter ein. Hey, das wär toll. Sie hat nicht gefragt. Und wird sie auch nicht. Ich geh nirgendwo hin. Das weißt du nicht. Niemand weiß das. Tja, ich geh nirgendwo hin. Das ist ein Versprechen. Peter. Kann ich dir helfen? Tut mir leid, sie zu stören, Mr. Lee. Meine Freundin Mary Jane, sie ist Reporterin. Sie schreibt eine Story über Kunstimporte und hatte dieses Stück und wollte eine Expertenmeinung dazu. Und ich weiß, sie haben Kunst studiert. Und zum ersten Mal könnte mir das wirklich etwas nützen. Dann zeig doch mal her. Die Kopie einer antiken chinesischen Opernmaske. So eine hab ich lange nicht gesehen. Diese Symbolie heißt so etwas wie Dämon. Dämon? Mein Vater hat mir Geistergeschichten mit dieser Maske und dem Symbol erzählt, als ich klein war. Haben mir einen Heidenschrecken eingejagt. Peter, hör zu. Diese Maske könnte mit gefährlichen Leuten zusammenhängen. Mary Jane sollte sich eine andere Story suchen. Denken Sie, sie ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Warum es riskieren? Hey. Das Symbol in der Maske bedeutet Dämon. Mr. Lee hat sich total erschreckt. Hab ihn noch nie so gesehen. Er meinte, du solltest die Story sein lassen. Pustekuchen. Glaubst du, Mr. Lee weiß mehr, als er zugibt? Nein, das war wohl nur ein schräger Flashback oder so. Er hatte eine traumatische Kindheit. Ja, ergibt Sinn. Dämonen, ja? Starker Name. Okay, ich muss arbeiten. Bis bald. Also, das lief genau, wie ich erwartet hatte. Die Partnerschaft mit Restaurants und Lebensmittelläden läuft toll. Sie spenden alles, was übrig bleibt. Wünscht dir was? Wünscht dir was? Ich habe noch Zeit, bis ich zu Doc ins Labor muss. Zeit für ein bisschen Spy, die Arbeit in der Stadt. Ich habe noch Zeit, bis ich zu dir was. Ich habe noch Zeit, bis ich zu dir was. Ich habe noch Zeit, bis ich zu dir was. Ich habe noch Zeit, bis ich zu dir was. Ich habe noch Zeit, bis ich zu dir was. Ich habe noch Zeit, bis ich zu dir was. Ich habe noch Zeit, bis ich zu dir was. Ich habe noch Zeit, bis ich zu dir was. Ich habe noch Zeit, bis ich zu dir was. Ich habe noch Zeit, bis ich zu dir was. Ich habe noch Zeit, bis ich zu dir was. Ich habe noch Zeit, bis ich zu dir was. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hoffe, Mr. Lee ist nicht verärgert. Er ist nur besorgt. Ich war ganz gerührt davon, wie sehr. Ich wusste, er mag dich. Er bewundert deinen selbstlosen Einsatz für andere. Ich glaube fast, er sieht sein Jüngeres selbst in dir. Beide weisen, beide klug. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Du hast einen guten Boss, May. Ich werd's ihm ausrichten. Hab dich lieb, Peter. Spiderman, bitte hilf mir! Hallo? Alles okay, Ma'am? Carmen, mir geht's gut. Es geht um meinen Mann, Rodrigo. Er verhält sich seltsam und offenbar trifft er sich mit dieser Frau. Wow, hören Sie. Ich bin keine große Hilfe bei Beziehungsproblemen. Das meine ich nicht. Sie hat mit bösen Leuten zu tun. Rodrigo konnte in Schwierigkeiten stecken. Er hat Angst, erzählt mir aber nichts. Ich seh mir das an. Wo treffen Sie sich als nächstes? Heute Abend, Entgiftungsklinik Greenwich. Okay. Keine Angst, Carmen. Ich finde heraus, was los ist. Die Klinik ist in der Nähe. Hab auch Rodrigos Foto von Carmen. Mal sehen, ob ich ihn finde. Okay. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorerthalten. Warum sollte ich? Wenn das Foto rausgeht, ist mein Leben vorbei. Dann rück raus mit den Plänen. Sehr schön. Sauberes Bild. Sieht gut aus. Denk dran, wenn du pettst, veröffentliche ich das Foto. Pläne. Klingt doch noch was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß es ist. Carmen, ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Worüber haben Sie gesprochen? Hört sich an, als erpresst sie ihn. Sie hat irgendwelche Pläne erwähnt. Er ist Sicherheitsmann in einem Casino in Atlantic City. Sie könnte einen Überfall planen. Aber ich brauche mehr Beweise, bevor ich handeln kann. Ich helfe, wenn ich kann. Okay. Ich schaue mir an, wohin sie die Pläne bringt. Ich melde mich. Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Oder auch Zeit. Hast du sie? Ja. So mag ihr das Foto Saga, wer klein bei? Rodrigo ist ein Weichei. Würde den Boss freuen. Zeig mal die Pläne. Ja, genauso gefällt mir das. Da, ein Schwachpunkt. Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Der Winkel ist falsch. Oder auch Zeit. Hast du sie? Ja. Sobald er das Foto Saga, wäre klein bei. Hab dich! Rodrigo ist ein Weichei. Würde den Boss freuen. Zeig mal die Pläne. Ja, genauso gefällt mir das. Ich muss los zum Zug. Will den Boss nicht warten lassen. Heute steigt unser größtes Ding aller Zeiten. Aber halt. Wie viele Leute hängen da drin? Ich muss ihm folgen. Wo steigt er nur aus? Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casino-Pläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen die mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Ich schaue viele Gangster-Filme. Klingt so. Ich lasse Sie wissen, was ich finde. Endstation. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Wer geht zu diesem Bürogebäude? Wer geht zu diesem Bürogebäude? Ich habe die Pläne, Boss. Gut. Der Zeitplan ist auf dem Monitor. Unsere Leute stehen auf dem Whiteboard. Markiere sie auf der Karte. Roman ist bereit und wir sind spät dran. Gehen wir. Sie ziehen ab. Ich habe jetzt alle Beweise. Ich muss jetzt nur noch dieses Auto aufhalten. Was zur Kölle? Spider-Man? Der Rock ist ges nervig. Der Rock ist gut? Ich liebe es, wenn ein Plan schief geht. Hey Carmen, der Kumpel ihres Mannes und sein Team reisen nun doch nicht ins wunderschöne Atlantic City. Danke sehr. Ich hab mit Rodrigo geredet. Auf dem Erpressungsfoto sieht man, wie er Deshaun am Abend des Überfalls fährt. Aber Rodrigo wusste von nichts. Er hat nur einen Freund abgeholt. Ich kenne eine Polizistin. Sie wird Rodrigo helfen. Besonders, wenn er wegen der Erpressung aussagt. Wird er. Sonst muss er vor mir weit mehr Angst haben als vor diesem Deshaun. Danke, Spider-Man. Hallo? Peter, hier spricht Dr. Octavius. Oh, hallo. Was gibt's? Lance Corporal Tixedo ist hier für eine Abprobe. Ja, das hab ich total vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich hab nur, ähm... Ich komm sofort. Die Unpünktlichkeit wird langsam zur Gewohnheit. Mensch Parker in ihm steckt so viel mehr. Ach, er hat recht. Wie kann es schon so spät sein? Stiefel oder... Stiefel oder... Stiefel oder... Stiefel oder... Stiefel oder... Stiefel oder... Vielen Dank. 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 Ja. Ja. Sag Norman. Norman. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. Ganz ruhig, ganz ruhig, ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter, es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Ich würde doch gerne helfen. Ob ich Harry anrufe? Ich mache es noch. Ich möchte es noch mit dem Zirappen. Es gibt einen Moment zur Nachdenken. Ich möchte das so mit unseren Job. Ich werde auch noch mit dem Zirappen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich werde den Zirappen, der zu sehen. Verdammt! Warum mache ich immer wieder denselben Fehler? Man darf Norman Osborn nicht trauen. Wenn Norman die Chance hat, von der Niederlage eines anderen zu profitieren, tut er es. Das macht mich wütend. Aber ich werde das Blatt wenden. Norman soll spüren, wie es ist, sich hilflos und klein zu fühlen. Doc muss mehr mit Norman erlebt haben, als er erzählt hat. Ich erinnere mich noch gut an mein Bewerbungsgespräch. Ich hatte Flecken auf meinem Hemd und war zehn Minuten zu spät, weil ich einen Überfall verhindern musste. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Doc mich eingestellt hat. Ich hoffe, er bereut es jetzt nicht. Kriegt der 3D-Drucker auch einen Netzschießer hin? Komisch, ist mir nie eingefallen. Moment. Ideen in unseren Köpfen. Mein Gott! Ich hab's! Tests zur Biokompatibilität von Kohlenstoff-Nano-Röhren. Tests zur Biokompatibilität von Kohlenstoff-Nano. Wir schauen mal. Auf, in Porken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es gibt hier viele Stationen, die die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist es, die, wie heißen die, Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns, Oscorp, will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Die Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch. Und steigt an. Wenn sie weiter steigt, könnten Menschen daran sterben. Die Partikel sammeln sich an Problemherden, wie Mini-Wolken von Smog. Ich schwinge mich durch sie durch und hole Proben. Die kann ich dann analysieren. Egal wie eklig die sind, ich schwinge mich genau durch die Wolken durch. Die Wolken sind fürs bloße Auge sichtbar, also muss die toxische Belastung hoch sein. Und hab dich! Ich bekomme gutes Zeug. Also gute Proben, von schlechtem Zeug natürlich. Fühlt sich an, als ob ich direkt am Auspuff hänge. Ich erschrecke wohl die Leute. Aber das ist ja nichts Neues. Die Giftstoffe stammen von zwei Automarken und einem defekten Schornstein. Nein, ich mach lieber Fotos. Das Licht ist perfekt. Das Licht ist perfekt. Das Licht ist perfekt. Das Licht ist perfekt. Dann kann ich mal bestimmen. Das stimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein grünes Spider-Kostüm für den Tag der Erde. Harrys Station hat eine öffentliche Gesundheitskrise beendet. Oscorp wird kaum Argumente gegen einen... ...Nutzung finden. Spider-Man, Shocker ist entkommen. Jetzt raubt er eine Bank aus. 31. East. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kitchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Shocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Wird ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Shocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt! Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Shocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Peter, ich hab mich mit den Dämonen befasst. Sie haben das Vakuum, das Fisk hinterlassen hat, zum Aufbau ihrer Machtbasis genutzt. Ein Vakuum, das durch Fisks Verhaftung entstand. Jameson hatte Recht. Ich bin an den Dämonen schuld. Was hättest du tun sollen, Fisks? Machenschaften ignorieren? Bist du okay? Du klingst noch trübseliger als sonst. Ich bin vielleicht meinen Job los. Die Stadt, Norman besser gesagt, streicht uns das Geld. Oh, Pete, tut mir leid. Wenn Harry hier wäre, könnte er sein Dad zur Vernunft bringen. Ihr findet andere Geldgeber. Eure Arbeit ist zu wichtig. Danke, MJ. Dann bis bald. Die Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut. Und sag Ancoach. Hallo, New York! Ich komme! Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du vielleicht nicht. Vielleicht braucht Spider-Man etwas Hilfe. Ha. Er denkt wohl, ich wäre leicht zu haben. Ich fühle dich nicht als Versager. Das hier bin ich. Ruft mehr Verstärkung. Und riegelt den Luftraum ab. Schluck diesen Parker-Stolz herunter und akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Hey, Yuri. Ich hab die bösen Jungs. Aber... Aber was? Besorg dir lieber eine Leiter.